So, weiter geht's. Wir machen den Skyline. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, dass die Fahrer einen weiten Weg hinter sich haben. Und ich meine nicht die Anreise, sondern wie sie sich ihren Platz hier verdienen mussten. Sie werden jede Chance nutzen. Danke, Kristen. Erstaunlich. Das Wetter wird während des Rennens wohl nicht besser werden. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Oh, das ist ein Schuss. schon wieder hin Ah mein Gott, fahr doch mal, ey. Das ist schön vorne. Geht schon wieder gut los am Anfang. Das ist die letzte Runde. Du kannst doch vom letzten Platz wegkommen. Ja, nicht wenn die auch noch was dagegen haben. Aber ich war doch nicht der einzige, der auf dem sie es abgesehen haben. Mein Gott, Alter. Ich glaube, du hast jemanden wütend gemacht. Du kannst. Und wie auch immer, wir haben es gewonnen. Wie auch immer. Und wie auch immer. Vielen Dank. Hallo meine Damen und Herren, ich höre schon eine Menge Jubel. Wie wäre es mit ein bisschen mehr für Kristen hier? Fantastisch! So machen wir weiter. Was sollten wir bei dieser Strecke erwarten? Vielen Dank, Alex. Also, wir haben hier eine klassische Rennstrecke. Wir sehen ja bei der GRID World Series alle möglichen Veranstaltungsorte und Rennarten. Okay, dann kommen wir gleich zurück. Jetzt geht es los! Jop. Du wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Vorsicht! Du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Leute, ich bin grad egal. Witz der Rennstrecke haben, ich kann mal so gemacht. Jeder lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Diledst. Alle drinnen! B. So, letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Let's start the water. Okay. Untertitelung. BR 2018 So, dann haben wir es. 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 So, von drei. Nach dem letzten Event habe ich ein gutes Gefühl. So, dann haben wir es. So, dann haben wir es. So, dann haben wir es. So, jetzt. So, dann haben wir es. So, dann haben wir es. So, dann haben wir es. Führt er noch, jawohl. Aber trotzdem. Bist du schön dran und dann wirst du noch weggehauen. Da wird 33. So, letzteren. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Christen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein Spannungsgeladen. Oh, ich glaube, das geht nicht los. Du warst beim letzten Event in Topform. Weiter so. Näh. Aber ich finde, da habe ich schon weggeschossen die ganze Zeit, dass ich... Da war ich schon in Topform. Ich bin 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 in Topform. Letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Letzte Runde. Was? Ich dachte, ich wollte meinen Teamkollegen noch vorbeilassen und dann zieh mir noch... Oh nein. Naja, sei es drum. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr noch vorbeigeht. Habe ich einen Mann angewinden lassen. War super. Naja, egal. Scheiß drauf. So, dann sind wir durch. Bis morgen. So, dann sind wir. Und hier sehen uns beim nächsten Mal. Also hier sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. v